Ihr wollt wissen, wie man über die OnVista-Plattform direkt handeln kann? Dann bleibt heute dran, denn im zweiten Teil unserer Serie, die wir beim letzten Mal begonnen haben, zeige ich euch genau das. Unter anderem werden wir auch einen Blick drauf werfen, wie man Trades findet in die Short-Richtung und wie ihr eben euer Portfolio direkt aus der OnVista-Plattform betreuen könnt und Trades, die ihr über die Plattform identifiziert, über einen Derivate-Finder, euch die entsprechenden Produkte rausgesucht habt, direkt in euer Portfolio reintraden könnt. Bis gleich! Sind Sie der Trader 2024? Testen Sie zwischen Bulle und Bär Ihre Strategie. Zeigen Sie Ihr Können und sichern Sie sich die Chance auf einen Range Rover Evoque. Melden Sie sich jetzt kostenlos an. Mahlzeit allerseits! Wieder aus dem Studio, wieder aufgezeichnet und wieder ist es genauso wie beim letzten Mal. Ihr könnt euch, wenn ihr das Ganze in der Premiere hier anschaut, direkt über den Chat heute unterhalten. So wie immer. Einzige Ausnahme, ich kann keine Fragen live beantworten. Denn ich bin noch in meinem, wie ich finde, verdienten Urlaub. Ich freue mich aber schon sehr darauf, bald wieder für euch da zu sein und auch die Mahlzeitsendung wieder live zu gestalten. Wir werden uns heute einen ganz wichtigen Bereich anschauen in den Märkten. Wir werden uns nämlich anschauen, wie man direkt aus der OnVista-Plattform handeln kann. Parallel dazu werde ich euch auch noch zeigen, das bin ich euch beim letzten Mal schuldig geblieben, wie ihr entsprechende Short-Trades findet, wie wir also Aktien identifizieren, die besonders schwach sind, egal in welcher Marktphase. Entweder in einer übergeordneten Aufwärtsphase, wo man solche Trades sehr gerne als Portfolio-Hedges verwendet. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass wir uns irgendwann mal wieder in einer Ausgangsbasis befinden, in der die Indizes trendtechnisch abwärts gerichtet sind. Und dann macht es natürlich für uns als Trader insbesondere Sinn, mit Short-Positionen die fallenden Märkte zu begleiten und am Ende auch an fallenden Märkten Geld zu verdienen. Ich weiß, dass das für den einen oder anderen vielleicht noch ein bisschen ungewöhnlich oder ein wenig gewöhnungsbedürftig ist. Denn aus der Natur raus, als Aktieninvestor freut man sich natürlich immer, wenn die Kurse steigen. Aber manchmal müssen wir der Realität ins Auge sehen. Und in dem Moment, wo die Indizes abwärts driften und sich die Trends in die Abwärtsrichtung entwickeln, kann es sehr hilfreich sein, auch zu wissen, wie man mit fallenden Märkten Geld verdient. Und damit werden wir uns heute beschäftigen. Dafür gehen wir wieder direkt in die Plattform von OnVista. Wir starten wieder auf der Übersichtsseite, genau wie wir das beim letzten Mal gemacht haben. Und wir beginnen auch hier wieder mit einem Aktienfinder. Und ich werde euch dann direkt beim ersten Trade, den wir hier raussuchen, auch zeigen, wie ihr das Ganze dann sofort in eurem Portfolio umsetzen könnt. Also, die ganze Kausalkette noch einmal durchgekaut. Wir beginnen mit dem Aktienfinder. Wir gehen in den Aktienfinder rein, reduzieren die ausgewählten Werte oder die Werte, die für uns in Frage kommen hier, auf die großen Indizes, nämlich auf den DAX und den S&P 500, übernehmen das Ganze und sehen, dass uns dann hier von 34.000 Aktien noch etwas über 500 übrig bleiben. Dann müssen wir nochmal kurz schauen. Ja, da bin ich nämlich im Falschen, sonst hätten die Werte hier nicht gestimmt. Jetzt haben wir es, 543 Aktien haben wir am Ende übrig. Und wir machen wieder genau das Gleiche. Wir gehen in die Ansicht, bearbeiten die Ansicht, wollen uns hier noch die Performance des letzten halben Jahres und der letzten vier Wochen ansehen und gehen hier wieder rein und suchen unseren klassischen Indikator, der uns nämlich Aufschluss gibt über die relative Stärke und die relative Schwäche einzelner Werte. Jetzt gehen wir in dieser Liste hier ganz nach rechts und sortieren das Ganze wieder. Wir haben beim letzten Mal begonnen mit der langfristigen Ansicht 250 Tage und haben hier sortiert von Stärke in Richtung Schwäche. Jetzt machen wir genau das Umgekehrte. Wir schauen uns an, was sind denn die schwächsten Werte im Markt über die letzten 250 Tage. Und das nochmal zur Erinnerung. Wir wollen gerne für Trades, die wir aufbauen, sehen, dass wir langfristig in einem Trend sind, dass wir also eine hohe Schwäche haben in der langfristigen Ansicht, aber auch in der kurzfristigen. Das heißt, die Aktien von Lululemon und Albemarly, die hier in dem 30-Tage-RSL über 1 stehen, die fallen für unsere Short-Trades schon mal aus, denn die haben in der kurzfristigen Ansicht hier eine relative Stärke, die über 1 liegt. Das heißt, kurzfristig sind diese Werte etwas stärker als der Gesamtmarkt. Und deswegen fallen die für uns als Short-Setups aus. Aber sowas hier wie eine Walgreens oder eine Intel oder eine Dexcom, die sind durchaus interessant. Und da schauen wir uns heute einfach mal die Intel-Aktie an, denn die ist hier wirklich schwach. Die ist langfristig eine der schwächsten Werte und auch kurzfristig sehr, sehr schwach mit einem 0,79er RSL auf 30 Tage. Und deswegen werfen wir hier mal einen Blick auf die Intel-Aktie. So, schauen uns die Aktie an im übergeordneten Chart. Das kennt ihr hier vielleicht auch noch vom letzten Mal. Da haben wir hier unsere vorgefertigten Indikatoren. Und es wird euch vielleicht verwundern, aber ich benutze für meine Short-Trades im Prinzip die gleichen Indikatoren wie für meine Long-Trades. Wenn ihr euch die letzte Folge angeschaut habt, wenn nicht, dann tut das gerne noch. Die ist natürlich bei YouTube Online. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, habt ihr gesehen, bei Home at Aerospace haben wir uns sehr genau angeschaut, dass die Aktie über dem 200er gleitenden Durchschnitt liegt, über dem 50er gleitenden Durchschnitt und der 50er über dem 200er liegt. Hier haben wir genau das umgekehrte Bild. Wir sehen den Kurs der Aktie ungefähr bei 20 Dollar. Die liegt deutlich unter dem 50er gleitenden Durchschnitt. Die liegt sehr deutlich unter dem 200er gleitenden Durchschnitt. Der 50er hat den 200er hier negativ gekreuzt. Das ist ein sogenanntes Death Cross. Und das spricht dafür, dass wir auf Sicht der nächsten Wochen bis Monate hier weiter abwärts gerichtet sind. Und das sieht man auch, das hat in der Intel Aktie hier sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn ihr meinen Handelsstil schon ein wenig kennt, dann wisst ihr, worauf ich achte. Ich achte auf diese Trends, dass wir hier in übergeordneten Trends laufen. Und dann will ich sehen, dass die Aktien sich deutlich erholen. Der Slow Stochastic Indikator hier über die 50 ansteigt und dann negativ kreuzt. Und von dem Moment an, wo wir diese negativen Kreuzungen sehen, haben wir immer die Möglichkeit, Trades in die Short-Richtung aufzubauen. Das war hier letztes Mal Mitte Juli der Fall. Danach ist die Aktie sehr dynamisch gefallen. Und jetzt haben wir hier bei der Intel Aktie eine ganz ähnliche Situation wieder. Wir sehen in dieser Konsolidierung, in der Korrektur, die hier gelaufen ist, dass diese Korrektur ausreichend groß war, damit der Slow Stochastic Indikator hier über den 50er Bereich läuft. Jetzt aktuell kreuzt der negativ. Und das ist unser mögliches Setup in die Short-Richtung. Das Ganze schauen wir uns jetzt hier auch noch mal im interaktiven Chart an. Wie gesagt, als Pro- und Pluskunde habt ihr die Möglichkeit, dann auch in diese Charts reinzuzeichnen und auch hier noch mal sehr viele verschiedene Indikatoren zu verwenden. Das, was wir jetzt hier machen, ist, wir schauen uns im Prinzip an, wie ist die letzte Ausrichtung. Wir haben hier ein sehr starkes Momentum in die Abwärtsrichtung, hatten dann jetzt eine Art bearische Konsolidierung hier gesehen und sind inzwischen aus dieser bearischen Konsolidierung nach unten ausgebrochen. Typischerweise, das, was wir jetzt hier als Kursziel suchen, das machen wir im Prinzip genauso, wie wir das bei unseren Long-Trades machen, nur in die umgekehrte Richtung. Wir haben einen übergeordneten Abwärtstrend. Das heißt, wir gehen ans letzte Tief, schauen uns die Korrektur an bis zum jüngsten Hoch und projizieren diese Level nach unten. Und da haben wir immer zwei Bereiche, die für uns wichtig sind. Das ist einmal dieses 161,8er Level. Das liegt in der Intel-Aktie ungefähr bei 17 Dollar. Und dann haben wir einmal diese Höhe der Konsolidierung hier oben drauf gelegt oder unten dran gelegt, viel besser. Und da kommen wir in den Bereich um 16 Dollar. Das wäre also das nächste langfristige, abwärtsgerichtete Level in der Aktie von Intel. Wenn wir das jetzt nochmal rausnehmen und schauen uns an, wenn wir beim Ausbruch unter das Tief von gestern jetzt hier einen Trade aufbauen. Und da wollen wir jetzt natürlich keinen Long-Trade, sondern wir wollen hier einen Short-Trade. Und dann gehen wir hier rein, setzen unseren Stop hier oben ans letzte Hoch und haben unser Kursziel, haben wir ja eben gesagt, in der Range um 16 Dollar. Das wäre also durchaus ein mögliches Setup, mit dem man hier arbeiten könnte. Und da seht ihr ganz ähnlich, so wie wir es uns beim letzten Mal angeschaut haben, im Beispiel der Fortinet-Aktie, die ein sehr ähnliches Setup hatte, nur in die Long-Richtung, jetzt haben wir das Ganze in die Short-Richtung, sehen wir auch hier wieder ein Chance-Risiko-Verhältnis 2 zu 1. Wir riskieren auf der Oberseite knapp 10% und wir wollen in der Unterseite ungefähr 20% Bewegung verdienen. Also 2 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis. Jetzt gehen wir hier nochmal her, gehen wieder in unseren Derivate-Finder und geben natürlich im Derivate-Finder den Basiswert ein, den wir uns gerade angeschaut haben. Intel. Gehen hier auf die Intel-Aktie und ihr seht, wie viele verschiedene Produkte es gibt. Da gibt es 3.000 Optionsscheine, 1.800 Knock-Out-Zertifikate und so weiter. Wir wollen es uns relativ einfach machen in der Berechnung. Deswegen verzichten wir für heute auf Produkte mit den ganzen Griechen. Wir wollen also nicht auf die Optionsscheine eingehen, sondern gehen hier in die Knock-Out-Zertifikate. Und da ist es für uns natürlich dann ganz wichtig, hier oben diesen Button auf Short zu setzen. Denn wir wollen ja keine Long-Setups traden, wir wollen Short-Setups traden. Wir wollen davon profitieren, dass die Kurse feilen. Und für diejenigen von euch, die vielleicht noch keine Short-Trades hatten, vor allem nicht in Derivaten, ist es jetzt ein wenig schwierig zu verstehen. Aber das, was wir hier jetzt machen, ist, wir kaufen Produkte, die davon profitieren, wenn der Preis des Basiswertes fällt. Wir gehen also gar nicht tatsächlich Short im Markt, in dem Sinne, dass wir die Aktie shorten, sondern wir kaufen ein Short-Derivat. Und das gewinnt Kurse, also das gewinnt an Performance, wenn die Aktie, wenn der Basiswert entsprechend fällt. Deswegen, das muss man einmal verstehen. Von daher ist es wichtig, hier zu schauen, in welche Richtung wir am Ende rechnen müssen. So, wir wollen also Short-Produkte. Und wir haben gerade gesehen, ich gehe nochmal auf die Grafik, wir haben gerade gesehen, wir haben ein Risiko hier zur Oberseite, das liegt bei ungefähr 10% im Basiswert. Bedeutet, wenn wir jetzt wieder unsere klassischen 30% vom Einsatz maximal riskieren wollen, dann gehen wir hierher und sagen, wir möchten gerne Produkte mit einem Hebel von 3, meinetwegen bis 3,3. Übernehmen das Ganze hier und sehen, es bleiben 23 Knockout-Produkte stehen. Wir sehen, die sind alle Open End. Hier seht ihr die Laufzeit, die könnt ihr also beliebig lange halten. Es sei denn, sie werden ausgenockt. Und damit haben wir dann die Möglichkeit, uns hier zwischen diesen verschiedenen Produkten irgendwo zu entscheiden. Wenn wir mal schauen, einfach ganz grob, wo wir den kleinsten Spread haben, den haben wir im Moment hier bei diesem Produkt. Das heißt, wir schauen uns das mal ein bisschen genauer an und gehen auch in diesem Produkt hier einmal auf den Chart. Und jetzt kommt nämlich dieser Casus Knactus, den ihr einmal verstehen müsst. Im Falle einer fallenden Aktie profitiert dieser Kurs. Das heißt, der Kurs hier von eurem Derivat, der steigt, wenn der Kurs der Aktie fällt. Und deswegen müssen wir hier jetzt in die andere Richtung rechnen. Wir haben uns gerade angeschaut, wie sieht das aus mit einem Short Trade. Hier oben liegt unser Stop am Hoch vom 19.08. Und hier unten liegt unser Ziel. Das müssen wir für das Derivat jetzt genau umgekehrt machen. Das heißt, wir gehen hierher und sagen, wir wollen einen Trade aufbauen, und zwar eine Long-Position beim Ausbruch über dieses letzte Hoch und müssen jetzt mit dem Stop ans Tief hier vom 20. oder eben vom 19. oder 20. Wir haben gerade gesehen, im Basiswert ist es hier der 19. Das heißt, wir hatten hier am 20. wahrscheinlich noch vorbörsliche Kursbewegungen in der Aktie, die sich dann hier im Derivat entsprechend niedergeschlagen haben. Ich würde euch empfehlen, immer mit den Kursen des Derivats am Ende zu arbeiten. Wenn ihr also jetzt nicht sicher seid, ob ihr das Tief vom 19. oder vom 20. nehmen sollt, dann nehmt ihr immer das, was weiter unten liegt, also das tatsächliche Tief im Derivat. Da gehe ich gerne ein bisschen drunter noch mit dem Stop. Das heißt, wir setzen unseren Stop jetzt hier auf 3,75 Euro, haben einen Einstiegspreis hier oben bei 5,72 Euro, und ihr seht, ihr riskiert jetzt ungefähr 34 Prozent. Ja, 34 Prozent auf euren Einsatz, und wir hatten ja gesagt, so um die 30 Prozent wollen wir gerne ein Risiko haben. Jetzt hatten wir uns das angeschaut im Basiswert. Wir traden hier ein Chance-Risiko-Verhältnis 2 zu 1. Das heißt, wir gehen in unser Derivat und gehen jetzt hier bis knapp 2 zu 1. Wir gehen ein bisschen tiefer hier in den Bereich 1,9. Und dann sehen wir, wir haben das Ziel 9,46 Euro für den Trade oder für das Derivat und haben den Stop hier unten bei 3,74. Bedeutet, Risiko 34 Prozent vom Einstieg mit dem Ziel, rund 65 Prozent zu verdienen. Bedeutet auch wieder ganz einfach, wenn ihr 1.000 Euro Positionsgröße fahrt, dann habt ihr ein Risiko von ungefähr 340, 350 Euro. Könnt dafür auf der anderen Seite, wenn ihr richtig liegt, aber um die 650 bis 660 Euro verdienen, macht ungefähr das 1,9-fache von eurem Risiko. So, und jetzt schauen wir uns an, wie ihr das Ganze dann am Ende direkt in eurem Portfolio umsetzen könnt. Dafür zeige ich euch erstmal die übergeordnete Portfolio-Steuerung, die hier bei OnVista hinterlegt ist. Dafür, wenn ihr jetzt noch keinen Zugang habt bei OnVista oder ihr noch kein Portfolio angelegt habt, dann habt ihr trotzdem die Möglichkeit, euch die ganzen Funktionen dieses Portfolio-Managements und dieser Betreuungsmöglichkeit anzuschauen, indem ihr einfach in den ganz normalen MyOnVista-Bereich hier reingeht. Und wenn ihr im Bereich MyOnVista seid, klickt ihr einfach hier oben auf den zweiten Menüpunkt Portfolio. Und in diesem Portfolio sind jetzt für euch hier schon Basiswerte hinterlegt. Da ist ein sogenanntes Musterportfolio hinterlegt. Das seht ihr hier unten, Demo-Depot 1. Das steht im Moment so bei 117.000 Euro in der investierten Summe. Und da könnt ihr euch dann mal ein bisschen genauer anschauen. Hier ist ein zweites Demo-Depot noch drin mit 41.000. Und da habt ihr eine ganz gute Möglichkeit, euch einfach mal anzuschauen, wie ihr eure eigenen Portfolios in der OnVista-Plattform hinterlegen könnt und was ihr da an Möglichkeiten habt, das Ganze nachher auch sinnvoll auszuwerten und im Prinzip immer einen guten Überblick zu haben über eure einzelnen Portfolios. Ihr seht schon, was der große Vorteil ist. Ihr könnt mehrere Konten in einer Plattform hinterlegen und kriegt hier im Prinzip eine kombinierte Darstellung von eurer Performance-Kurve, eine kombinierte Darstellung von eurem investierten Kapital, eine kombinierte Darstellung von euren realisierten Gewinnen eben über alle Portfolios, die ihr habt. Und wenn ihr vier verschiedene Portfolios habt, dann könnt ihr einfach vier verschiedene Portfolios hier anbinden. Und da könnt ihr euch einfach mal in Ruhe angucken, was es hier alles an Möglichkeiten gibt. Ihr seht hier mal direkt die Tagesgewinner und die Tagesverlierer aus euren Depots. Könnt ihr also immer sehr schnell einen Überblick haben. Und dann gibt es hier unten diesen Punkt alle Investments auf einen Blick. Und wenn ihr da draufklickt, dann habt ihr die Möglichkeit, eure Portfolio-Performance mit einer beliebigen Benchmark hier zu vergleichen. Da ist standardmäßig der MSCI World drin. Aber ihr könntet jetzt auch hierher gehen und sagen, Mensch, ich möchte das gerne mit einem DAX vergleichen. Und dann ist diese violette Linie, das ist immer die Performance eures Depots beziehungsweise eurer kombinierten Depots. Und dann könnt ihr die immer direkt hier mit der Benchmark vergleichen und am Ende auch gut abschätzen, seid ihr besser oder seid ihr vielleicht ein wenig schlechter als irgendein Vergleichsindex, den ihr euch hier reinnehmt. Und darunter findet ihr immer alle offenen Positionen, die ihr habt. Das ist sehr, sehr praktisch, weil ihr seht sofort, was sind die größten Positionen im Depot, was sind die kleinsten, welche stehen am besten da, welche stehen am schlechtesten da. Ihr könnt das hier sofort sortieren. Dann sieht man hier in diesem Musterportfolio ist die Apple-Aktie die stärkste, gefolgt von CrowdStrike und Rheinmetall. Und dann haben wir hier unten natürlich die Bundesanleihen, die verdienen potenziell am wenigsten, sind hier am Ende aber auch die kleinsten Positionen. Ja, und dann könnt ihr auch immer schauen, was war euer Kaufwert, was war der Kaufkurs, was ist der aktuelle Wert. Also ihr findet einen sehr, sehr guten Überblick über eure gesamten Depots. Und dann gibt es hier dann noch die Möglichkeit, einzelne Depots auszuwählen. Wenn ihr jetzt also nur ein einzelnes Depot drin haben wollt, hier zum Beispiel das kleine, ja, dann seht ihr, welche Positionen sind in diesem kleineren Depot drin, wie hat sich das Einzeldepot geschlagen gegen eure Benchmarks. Und da habt ihr also wirklich sehr, sehr umfangreiche Möglichkeiten, eure einzelnen Portfolios ziemlich genau zu bewerten. Das bietet sich immer an, wenn man vielleicht verschiedene Broker haben will für verschiedene Asset-Klassen, wenn man bei einem Broker seine Aktien traden möchte, bei einem anderen Broker seine Derivate, oder vielleicht auch, wenn ihr verschiedene Depots habt für verschiedene Strategien, die ihr erfahrt. Vielleicht ein kurzfristiges Portfolio, ein mittelfristiges und ein langfristiges Investmentportfolio. Dann habt ihr wirklich die Möglichkeit, eure einzelnen Werte hier anzuschauen, also die einzelnen Konten oder eben die Gesamtheit aller Konten, die ihr da drin habt. Und wenn ihr jetzt in dieser Übersicht drin seid, dann könnt ihr hier noch in die Analyse reingehen. In der Analyse, da seht ihr sehr ausgeklügelt die verschiedenen Aufteilungen nach Typen, die ihr hier drin habt, ETF, Aktien, Anleihen, in welchen Regionen ihr unterwegs seid, wie die Gewichtungen sind. In diesem Depot hier sind jetzt 67% Werte aus Amerika, 21% Werte aus Europa, 7% ungefähr global. Dann ist hier nochmal Asien und Ozeanien separat aufgeführt. Die Branchen sehen wir hier, das ist sehr IT-lastig, das Portfolio. Wir sehen hier die einzelnen Renditen. Also ihr habt sehr, sehr ausgefeilte Möglichkeiten, eure einzelnen Werte hier auch gut zu kontrollieren. Und seht dann auch sofort, was hier wo drin liegt. und habt eine gute Möglichkeit, auch am Ende ein sehr ausgewogenes Portfolio umzusetzen. Denn es ist natürlich immer schön zu sagen, ich hätte gerne ein diversifiziertes Portfolio, aber vielleicht fällt euch gar nicht auf, dass eure Anlagevariante gar nicht so diversifiziert ist, wie ihr es gerne hättet. So, und wenn ihr in dieser Übersichtsseite hier drin seid, dann habt ihr die Möglichkeit, hier sofort Depots zu verbinden. Ihr seid also in dem Musterportfolio und könnt über diesen Punkt hier mit echten Daten verbinden, euch sofort einloggen in euer entsprechendes OnVista-Zugang, den ihr hier im Vorfeld angelegt habt. Und ich zeige euch jetzt nochmal, wie das aussieht, wenn ihr eingeloggt seid. Da bin ich nämlich in diesem Browser hier eingeloggt. Und wenn ich jetzt hier auf den Bereich gehe, MyOnVista, den öffnen wir hier mal in einem neuen Chart oder in einer neuen Seite, ja, dann seht ihr sofort, dann werden hier direkt eure Depots reingelesen. Dann seht ihr auf den ersten Blick, was ist da drauf, wie ist die Performance momentan. Und dann könnt ihr hier einfach zur Portfolioübersicht gehen. Und wenn ihr noch keine Depots drin habt, dann habt ihr die Möglichkeit, hier unten über diesen Plus-Button ganz einfach Depots dazuzufügen. Und wenn ihr das macht, dann kommt ihr auf diese Übersicht. Und da seht ihr die verschiedenen Varianten. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man Portfolios hier anbinden kann. Es gibt einige Broker, die könnt ihr direkt mit Handelsfunktionen anbinden. Das sind die, die hier oben aufgeführt sind. Und dann gibt es andere. Da könnt ihr die Portfolioübersicht nutzen. Das, was ich euch gerade gezeigt habe, die ganzen verschiedenen Auswertungsmöglichkeiten zu sehen. Was für Werte habt ihr da drin? Wie stehen die? Wie ist die prozentuale Gewichtung? Und so weiter. Das könnt ihr bei diesen ganzen Brokern machen. Aber es gibt noch, wohlgemerkt, noch keine Anbindung an diese Broker, um direkt zu handeln. Das heißt, wenn ihr hier Konten habt bei Comdirect, bei Consors, bei Flatex oder bei VTrade und so weiter, alles, was hier oben drin steht, habt ihr die Möglichkeit, direkt über die OnVista-Handelsplattform zu handeln. Ja, bei dem Konto, was hier hinterlegt ist, da ist durchaus die Möglichkeit gegeben. Das heißt, wenn ihr eingeloggt seid und habt jetzt diesen Trade hier geplant und wollt hier oben bei 5,72 oder 5,73 diese entsprechende Short-Position auf Intel aufbauen, dann könnt ihr einfach hierher gehen und könnt sagen Handeln und klickt auf dieses Handeln-Bild. Dann müsst ihr jetzt im Prinzip hier eure Plattform verbinden. Da werdet ihr dann zur Authentifizierung quasi aufgefordert. Das heißt, wenn ihr jetzt so eine Liste habt mit den verschiedenen TAN-Nummern drauf, dann werdet ihr da nach den Nummern gefragt und könnt im Prinzip für den gesamten Handelstag euch die Handelsfunktion hier freischalten und habt dann die Möglichkeit, direkt dieses Produkt zu traden. Das werde ich jetzt mal schnell im Hintergrund vorbereiten. So, ich habe jetzt gerade mal schnell im Hintergrund hier die Handelsfunktion freigeschaltet, um euch dann mal direkt zu zeigen, wie das funktioniert. Dafür gebt ihr, wie gesagt, dann über die TAN-Karten oder was auch immer euer Broker euch anbietet, euer Zugangsdaten ein und habt dann im Prinzip euer Konto für die Handelssession freigeschaltet. Und da könnt ihr jetzt eben hergehen. Wir hatten ja gerade diesen Trade hier geplant mit einem Kauf bei 5,73 und einem Stop hier unten bei 3,75. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hier oben direkt, wenn ihr in eurem Konto eingeloggt seid, auf den Handeln-Button zu klicken. Geht hier drauf, sagt hier verbinden und dann seid ihr in eurem Konto drin. Jetzt seht ihr bei mir dieses kleine Konto, was hier angebunden ist. Das ist halt voll investiert. Das heißt, ich könnte hier wahrscheinlich nur einen einzigen Schein kaufen, was sich kaum lohnt. Aber ich will euch ja nur den Prozess zeigen. Also ihr könnt dann hier auf den Kaufen-Button gehen. So, müsst dann den Handelsplatz auswählen. Ich nehme einfach mal direkt den Emittenten. Stückzahl können wir hier eingeben. Ja, ein Stück. Mehr könnten wir nicht handeln. Und dann gehen wir hier auf Kurs abfragen und dann seht ihr den aktuellen Kurs und ihr könntet quasi sofort hier kostenpflichtig kaufen. Allerdings haben wir ja gesagt, wir wollen eine Stop-Buy-Order reinlegen. Und zwar bei 5,73. Ja, und dann könnten wir jetzt hier auswählen, ob wir das Ganze tagesgültig machen wollen oder bis zu einem bestimmten Datum oder bis Monatsende. Und dann habt ihr ganz einfach, wenn ihr hier auf Order verarbeiten klickt, im Prinzip mit einem einzigen Druck auf diesen Button jetzt handeln, das Derivat, was ihr euch im Vorfeld über den Derivate-Finder rausgesucht habt, ganz einfach in euer eigenes Konto zu buchen. Und das ist insbesondere dann spannend, wenn ihr relativ viele Trades macht, wenn ihr recht aktive Händler seid und wenn ihr euch nicht jedes Mal wieder in eurer Broker-Plattform dann entsprechend einloggen wollt und da die Handelsgenehmigung freischalten, dann könnt ihr das einmal auf der OnVista-Website machen, könnt eben über den Aktienfinder schauen, was sind Werte, die sich momentan gerade anbieten für Trades auf der Long-Seite oder Trades auf der Short-Seite, könnt euch die passenden Derivate dazu raussuchen und wenn ihr eben in dieser Derivate-Übersicht seid, dann können wir hier direkt nochmal drauf gehen, wenn ihr in dieser Derivate-Übersicht seid, dann könnt ihr direkt, wenn ihr den Trade hier geplant habt, sofort auf den Punkt Handeln gehen und könnt diese Position direkt in euer Portfolio buchen. Ja, und damit habt ihr im Prinzip einmal die gesamte Kausalkette gesehen, habt den gesamten Arbeitsablauf gesehen, wie kommt ihr von der OnVista-Seite auf den Aktien-Screener, auf den Derivate-Finder in eure Handelsplattform rein, wie könnt ihr Trades direkt über die Handelsplattform, direkt über die OnVista-Plattform zu eurem Emittenten spielen und am Ende habt ihr dann mit der großen Portfolio-Übersicht auch immer noch den perfekten Überblick über alles, was momentan bei euch offen ist und könnt natürlich auch direkt aus diesem Portfolio-Überblick, das kann ich euch auch nochmal zeigen, sofort Positionen schließen. Wenn wir jetzt aufs Portfolio hier drauf gehen und gehen einfach hier auf meinetwegen die Bitcoin-Position, die hier momentan läuft, wenn ihr diese jetzt schließen wollt aus eurem laufenden Trade, dann geht ihr einfach auf diesen Button, drückt hier auf Verkaufen, da steht sofort Bestand 50 Stück, drückt auf den Button Verkaufen, wählt den Handelsplatz aus, die Stückzahl, die ihr im Portfolio habt, ist schon voreingestellt und dann könnt ihr im Prinzip jetzt einfach hier einen Kurs abfragen, wenn ihr den Kurs abgefragt habt, habt ihr ein paar Sekunden Zeit auf den Knopf zu drücken und dann habt ihr sofort zum aktuellen Kurs eure Position verkauft oder wenn ihr wollt, die halbe Position, wie auch immer, das ist euch alles frei überlassen und das ist sehr, sehr einfach eben das Ganze direkt aus dem Portfolio, aus der Portfolio-Übersicht zu schauen, was läuft, wie, wo ist man vorne, wo ist man hinten, welche Position möchte man behalten, welche Position möchte man auflösen und weil ihr euch eben einmal für die gesamte Handelssession freischaltet, könnt ihr hier sofort beliebig viele Aktien oder auch eben Derivate glattstellen, müsst immer nur den Handelsplatz auswählen, die Stückzahl eingeben, Kurs abfragen und könnt das ganze Ding glattstellen. Viel einfacher und viel besser kann man sein Portfolio nicht mehr managen und deswegen lade ich euch damit ganz herzlich dazu ein, euch mal diese Portfolio-Funktion und die Handelsfunktion bei OnVista ein wenig genauer anzuschauen. Ja, freue mich sehr, wenn ich euch damit heute wieder ein wenig weiterhelfen konnte und euch im Trading- und Investmentprozess ein Stück nach vorne bringen. Freue mich natürlich noch mehr, bald aus dem Urlaub wieder zurück zu sein, für euch wieder live zur Verfügung zu stehen und wünsche euch wie immer erfolgreiche Trades bis zur nächsten Session. Ich sage, macht's gut und bye bye. Sind Sie der Trader 2024? Testen Sie zwischen Bulle und Bär Ihre Strategie. Zeigen Sie Ihr Können und sichern Sie sich die Chance auf einen Range Rover Evoque. Melden Sie sich jetzt kostenlos an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.